Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ordnungshüter. Heute mit den Spielteilnehmern Christian, Mango und Brammen. Hallo. Heute dürft ihr wieder Dinge ordnen, in die richtige Reihenfolge bringen, um zu gewinnen. Bitte Fußball, bitte Fußball, bitte nicht Fußball. Die erste Kategorie. Ihr dürft jetzt auf eins klicken. Bei Fußball könnte ich mich eigentlich nur blamieren, bitte nicht Fußball. Die größten Wüsten der Welt. Ja, klar. Was heißt denn die größten Wüsten der Welt? Ich bin der Letzte. Es geht darum Quadratkilometer. Es geht um Wüsten. So, erstmal logisch. Und welche davon sind wie groß, quadratkilometermäßig. Und als Vorgabe haben wir die Sonora-Wüste. Kann sein, dass da zwei ausgedachte Sachen drin sind. Also Chihuahua ist ein Hund, Peter. Und Painted Desert. Also, kommt schon, ja. Lob Noir habe ich auch noch nie gehört. Das ist der Loot. Ich möchte mich dazu übrigens kurz bedanken bei Patrick. Denn Patrick ist ein Zuschauer, der das eingereicht hat bei uns per Mail. Sven hat nur drüber geguckt. Sven ist mittlerweile, weißt du, FIFA ist raus. Sven nimmt einfach eure Sachen und verkauft die uns. Finde ich gut. Also, ja. Ne, die Sachen sind nicht ausgedacht. Zumindest glaube ich das nicht. Ich habe das jetzt aber nicht nochmal extra überprüft. Aber die Sonora-Wüste, die gibt es auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Okay, aber die Lautsprechermarke irgendwie. Keine Ahnung. Wie ein Sonora-Wüste. Du so, ich habe Sonora. So, die Chihuahua-Wüste, give it by the way, auch. Also, wir haben hier zur Auswahl erstmal vorgegeben, Sonora-Wüste. 320.000 Quadratkilometer groß. Dann haben wir Painted Desert, Gobi, Karakum, Namib, Antarktis, Wüste, Lob Noir, Dasht-e-Lut, Sahara und die Chihuahua-Wüste. So, und ihr müsst mir sagen, welche Rechte entweder größer oder kleiner sind als die Sonora-Wüste. Zumindest hat Christian hier den Vorteil anzufangen. Und kann als erstes. Also, ja. Warte mal, die Zahlen, ne? Vier größer fünf. Okay. Dann würde ich doch ganz easy peasy mal sagen, ja, die vier ist dann eine größere Wüste als die fünf. Genau, wenn du höher setzt. Genau, ja. Das heißt, die Antarktis kommt ja wohl safe auf die vier. Die Antarktis wäre in dem Fall größer als die Sonora-Wüste. Dann würde ich das gerne hinsetzen. Ja, okay. Okay, that is safe, Christian. That is korrekt. Nice. Cool. Damit hat Mango jetzt schon ein größeres Problem. Ja, ich find ja schön, dass du direkt auch die Verantwortung um die Frage, ob die Sahara jetzt größer ist als die Antarktis oder nicht, abgegeben hast. Das find ich absolut toll. Du musst ja nicht die Sahara nehmen. Ja, das ist so richtig. Ja, weil andere sind ja bekannt, ne? Na ja, Gobi kennt man nicht. Richtig, Gobi und Namib sagt mir noch was. Dass Namib in Namibia ist? Oder ist das auch wieder so ein Fake und Namibia ist, also Namib ist in, keine Ahnung, in Asien. Das wäre natürlich witzig, weil wenn mich nicht alles täuscht, müsste Namibia sogar kleiner sein insgesamt als die ganze Sonora-Wüste. Obwohl, echt schließe ich mir extrem schlecht mit Flächen. Ich sag lieber absolut gar nichts. Können wir das, okay. Ähm, ich sag, die, was sind denn 320.000 Quadratkilometer? Wie viele Fußballfelder sind das? Wie viele Waschmaschinen? 16. Ich wusste mal, wie viel, wir haben mal nachgeguckt, wie viele Quadratkilometer Deutschland hat. Das weiß ich aber nicht. Deutschland? Also ein Fußballfeld ist 7.140 Quadratmeter. Also, Moment, 7 Komma oder 7 Punkt? 7 Quadratmeter. Ja, das heißt 0,007 Quadratkilometer. So, also 7.000 Quadratmeter, 0,007 Quadratkilometer. Ich schwöre, Fußballspieler machen so wenig Strecke immer. Die sollten mal in der Sonora-Wüste Fußballspieler sehen in Fernsehübertragung auch tatsächlich mal sehr viel größer aus. Wer mal im Stadion war, der wird sich immer wundern, so scheiße, so klein. Ist ja gar nicht so anstrengend, meinst du? Ja, doch, das schon, aber. Ähm, ich glaube, ich möchte gerne die Wüste Gobi zwischen Antarktis und Sonora packen. Zwischen Antarktis und Sonora? Ja. Die Wüste Gobi. Also, packen wir jetzt hier die zum Beispiel ein runter und dann nehmen wir Gobi dazwischen und das wäre jetzt das, was du dir wünschen würdest. Yes. Ist leider falsch. Hoffe ich. Komm, bitte. Tja. Schön, dass du heute dabei bist, Mangum. Perfekt. Das ist richtig. Oh. Ja. Das ist absolut korrekt. Jetzt hat Bram den Salat. Ja, ich nehme die Sahara. Okay, wo steckst du die hin? Ja, entweder stecke ich Christian jetzt den Punkt oder nicht. Ich sage, die ist größer als die Antarktis. Ich sage aber, dass Nordafrika größer ist als der Südpol von der Fläche. Also, so. Ja. Okay, da hat der Bram auch sich vorher schon Gedanken zugemacht, so wie es klingt. Da ist das schon ziemlich safe so. Nö, safe würde ich dann nicht. Also safe im Sinne von, okay, das will ich machen. Nicht, okay, ich bin safe, dass das auf jeden Fall richtig ist. Größenbeziehung auf einer Globus-Modell-Volverwohnung zu topen. Ja, ich weiß, super schwierig und so, deswegen keine Ahnung. Alter, die TikToks sind immer gut. So groß sind Länder wirklich und dann werden die über den Globus gezogen und ich denke mir so, Alter, what the fuck Mexiko. Ich würde den ganzen Globus ziehen, die so ein Land, wie sieht man in Luxemburg oder so. Ja, du kannst quasi, du schneidest das aus und es gibt dann so Programme, wenn du das über den Globus ziehst, dann verändert sich die Größe, weil du ja die Verzerrung hast durch unsere Weltperspektive. Und das ist ganz lustig. Aber, um auf diese Frage, beziehungsweise unser Thema zurückzukommen, die Sahara-Wüste ist dort, wo sie steht, nicht korrekt. Ja. Deswegen schicke ich sie zurück da, wo sie hergekommen ist und gebe Bram ein X. Da muss ich mich für nix schämen. Christian. Ja, bitte? Du hast jetzt den Salat. Oder auch nicht? Ja, also, ähm... Die Sahara. Hm, unerwartet. Ich weiß nicht mal, ob die größer ist als Gobi, weil Gobi ist schon echt nicht klein. Aber Sonora... Gibt's nicht einen Muppet, der Gobi heißt? Echt? Ja, der Blaue. Ja, oder? Ja, stimmt. Ist das nicht das Krümelmonster? Nee, oder heißt der nicht Grobi? Grobi heißt der. Grobi. Ja. Grobi kann auch sein. Jo, stimmt. Ach der, jung. Ja, die haben eine Wüste nach dem benannt. Ja. Weil der so famous. Junge. Blauer Sand. Ja, ähm... Sahara ist gar nicht so groß, glaube ich, wie man das meint. Beziehungsweise, Gobi ist schon echt groß und... Ich packe... Ich nehme meinen Koffer. Ja. Ich packe die Sahara. Boah, 4 und 5 oder 5 und 6. Unter Gobi. Unter Gobi. Also, Moment. Ich werde das visualisieren. So. Ich glaube, Gobi ist riesig. Ich würde Gobi als riesig bezeichnen, ja. 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 Das ist alles auf jeden Fall nicht winzig, was hier auf der Liste steht. Und Sahara ist da nicht korrekt. Hm. Ich... Ein X für Chris. Gut, vielleicht für Mango. Vielleicht auch nicht. Ja, ja. Sahara würde ich definitiv zwischen Antarktis und Gobi packen. Dammit. Sahara zwischen Antarktis und Gobi und damit Mango. Tja, liegst du richtig. Let's go. Sahara, die größte Wüste der Welt hieß es immer. Das gelogen wie toll aussieht. So, hab ich das noch gelernt in Erdkunde. Ja, aber vielleicht hat man da halt immer von Sandwüste gesprochen. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ja, gut, aber dann könnte... Ja. Alle anderen kenn ich nicht. Deswegen... Das könnte man wüsste auch. ...nehm ich jetzt die Chihuahua-Wüste und setz sie auf die Acht. Hm. Hm. Spür ich. Ich hab keine Ahnung. Also kannst du dir auch... Peter, such einen aus. Such einen aus und setz den Moment, wo du willst. Du bist halt echt so latzer. Nein, nein, so können wir das nicht spielen. Dann musst du mir das schon sagen. Ich kenn die Wüsten ja, dann nimm ich die Chihuahua auf die letzte Position. Ich kenn die alle nicht und ich... Keine Ahnung. Ich hab dir noch nie was von gehört. Okay, ich verlieb wenigstens. Chihuahua. Ja, weil es halt immer die Wüste oder was? Lieber Dennis, du wirkst sehr am Ende. Das ist die Überleitung, das ich alle anderen nicht kenne. Ja, ist auch nicht richtig. Ja, okay. Es sind 26. Christian. Ja, guck mal, dann kann ich ja vielleicht auch mal absnacken. Also ich... Wenn jetzt die Chihuahua groß ist als Gobi, ja. Dann hat Mango halt wieder ein Freep. Aber ist mir egal. Ja, dann Chihuahua, wenn die auf der Acht falsch ist, dann würde ich die halt zwischen 6 und 7 packen. Also kleiner als Gobi, größer als die Sonora-Wüste. Und das ist richtig. Ja. Alles andere hat mich jetzt auch traurig gemacht. So Wüste-Gobi, damit verbinde ich so Ägypten, Vau und so. Episch. Und Chihuahua-Wüste ist einfach nur wirklich so ein Hund. Einfach. Aber sitzt Ägypten nicht an der Sahara? Ja, aber die Wüste-Gobi ist doch auch teilweise innig, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie man Wüsten voneinander trennt. So, keine Ahnung. Der Sand hat eine andere Phase. Am Ende werde ich euch das mitteilen. Da wir ja nicht googeln dürfen, kann Peter uns dann naja alles schön erklären. Okay, sehr schön. Ich habe sehr viele Fragen auch zu Wüste-Lop-Noir. Das ist eigentlich alles in... Das kann doch eigentlich nicht alles in Afrika sein. Vielleicht ist da noch irgendwo so in Steppennähe, so eine kleine, keine Ahnung, so eine Pfütze, wo mal Wasser drin war und jetzt ist da nur noch Sand übrig. So, und das ist dann irgendwie Wüste in die... Alter, hier ist ja alles übelst krass. Wir hatten doch auch mal diese Sanddüne in Frankreich. Da gibt es einen kleinen Donner. Alter, hier ist übelst krass. Ein kleiner Donner, der war übel. Das ist doch voll der normale Donner. Hast du schon mal einen leisen Donner gehört? Also schon ganz ehrlich. Ich glaube, ich gehe psychologisch hier ran, ja. Der Painted Desert, das klingt so, als wenn das irgendwo in den USA ist, weil die das wieder irgendwie so Englisch benennen möchten, ja. Und ich glaube, die USA, die wollen einfach nur verzweifelt eine Wüste in ihrem Land haben. Die suchen sich das kleinste Stück Land raus, wo Sand liegt. Und deswegen würde ich sagen, das kommt unter die Sonora-Wüste. Aber haben die nicht den Salz-Lake da, der auch eine Wüste ist? Naja, die USA sind ja nicht gerade klein. Ich sehe... Aber auch in Nevada ist doch auch so... Okay. Ich sehe aber unter der Auswahl keine Densalz-Lake. Deswegen nehme ich das Painted Desert an. Ich heiße das ja Painted Desert. Oder Wüste-Log-Noa und da wird es genau das gemeint. Also Painted Desert, würdest du sagen, ist potenziell die kleinste Wüste, die wir bisher auf der linken Seite haben. Ja. Und diese psychologische Herangehensweise, Mangu, für dich, ist ausgezeichnet, denn das ist korrekt. Okay, crazy. Let's go. Ja, er zieht es hier durch, muss ich sagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, schön. Sind wir bei Brammen wieder, oder? Ja, jetzt wird es lauter, Peter. Alter, das ist ja richtig lauter. Aber wieso höre ich dann nur... Also, wohnt ihr so weit von... Ich habe dann nur bei Brammen gehört jetzt. Bei Peter war gar nichts. Ja, ich habe dann aber hier draußen schon gehört. Also, Brammen, deine letzte Chance, hier noch dabei zu sein. Ich bin schon raus. Achso, du bist schon raus. Ich dachte, du hättest noch einen dritten Versuch. Ich habe doch zwei Kreuze und dann hatte ich doch schon die dritte falsch, oder nicht? Nee, nee, nee. Nee, den dritten falsch hattest du noch nicht. Oh, Leute, ich darf mitmachen noch. Ja. Boah, das hat jetzt alles geändert. Ja. Ja. Ich nehme die Wüste Lop Noa und sage, die kommt über die Chihuahua-Wüste. Mhm, mhm. Chihuahua. Also, im Endeffekt... Eigentlich müsste der Song anders gehen. Wala! Ja. Der müsste anders gehen. Lop Noa. Ja, von mir aus. Warum ist es vorgebrochen? Ja, das ist mir scheiße geil. Ich versuch da jetzt überhaupt nicht irgendwas, so wie Mango, genial mit seiner Herangehensweise, die Psychanogen sind. Ja, okay, aber außer Peyton, der soll ja nichts mehr. Also, der Dauer will auch mitreden, Alter. Das war laufend. Ja, Bram ist falsch, so. Ja, zum Sein. Aber du bist jetzt wirklich raus. Ey, aber sei froh. Ich weiß es halt nicht, Peter. Was soll ich dir denn erzählen? Ich glaube, heute geben wir einen X mehr als sonst. Also, das haben wir... Also, ich glaube, heute geben wir eins mehr als sonst. Wie, weil Bram sonst jetzt raus wäre? Okay. Nee, ich glaube... Ich habe doch gesagt, ich bin schon raus. Nee, aber Peter. Ja, aber du hast das vorher anders erklärt, als du mir erklärt hast, wie die Regeln gehen. Da hast du gesagt, drei Versuche. Ja. Ja. Ja, und jetzt hast du drei X und drei raus. Ja, genau. Aber ich glaube, vorher hatten wir einen Versuch weniger sonst. Okay. Ja, wenigstens kannst du sicher sein, dass bei dem Wetter Lukas heute nicht draußen rumschreit. Der ist gerade vom Blitz getroffen worden. Der steht da jetzt die ganze Zeit. Lukas, halt die Fresse. Sorry. Ja, Peter, was soll ich dir jetzt erzählen? Ja, vier haben wir noch. Pass auf. Karakum. Ich habe ja jetzt wieder viel Diablo gespielt. Und da gab es die Zaccaro. Ja, da ist doch mal der Herangehensweise. Das hört sich ein bisschen... Das ist genau so, Ray. Nein, das ist überdacht und intelligent. Aber das schreit wenigstens was. Ich glaube, das ist in Asien. Und Asien ist sehr groß. Und deswegen... Boah. Aber Chihuahua ist ja halt auch ein kleiner Hund. Das Problem. Der anscheinend größer als 320.000 Quadratkilometer ist. Das ist jetzt... 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 Das kleine, große in Asien. Das ist jetzt größer als der kleine, große Hund. Ich weiß es nicht. Nach deiner Herangehensweise, Christian, dürfte es Hongkong nicht geben, weil es in Asien ist. Das ist ja nun ein paar Insinn. Verschwörungstheorie. Hongkong gibt es gar nicht. Ja, okay, dann nehme ich ein Namib. Ja, besser. Aber warte mal, ich habe noch zwei. Ich habe noch zwei. Ich gucke mir mal so an die Regeln an, Peter. Da gibt mir gar nichts. Ja. Alter, ich habe doch keine Ahnung. Geil. Das ist in unserer Tabelle. Wir haben die Projekte nicht eingetragen. Ich nehme die... Dascht Elud. Dascht Elud. Und packe die zwischen 7 und 8. Oh, ja, interesting. Da war ich auch. Da war ich auch. Ich glaube wirklich, dass Marco recht hat, Paint the Desert ist so ein Ding. Das ist das kleinste oder so. Lieber Christian. Wenn du zwei Kreuze haben, Peter, dann ist man raus. Ja, heute dann offensichtlich nicht. Heute hast du drei Kreuze. Das ist doch, und dann haben wir da nichts mitgemacht. Wir können damit leben. Du kannst zwei Kreuze haben und dann bist du raus. Oder du bist beim zweiten Kreuz raus. Wenn du beim zweiten Kreuz bist, raus. Dann machen wir es ab jetzt wieder so. Das finde ich jetzt schön. Wieder machen wir es ab jetzt wieder so. Darauf hat er schon gerade Sand gesetzt. Sorry, du den Sand gesetzt hat er so. Nee, Christian ist richtig. Ist richtig. Wow, Nesko ist richtig. Ja, ist klar, easy. Zick. Ja, mit meinem Leben kurz abgeschlossen. Schade, ich wäre jetzt auch auf die Dash Delud gegangen. Nicht, dass ich da irgendeine Ahnung gehabt hätte. Und das jetzt wichtig wäre für meine Einschätzung. Das Ding ist, die ist anders geschrieben als alle anderen. Deswegen klingt das so, als wenn die irgendwie, keine Ahnung, die Einzigen in einem Land wären. Deswegen dachte ich sie begrüße, aber... Lobnor ist eine der wenigen Sachen, wo Wüste beisteht. Hört sich auch an, als wenn das so aus Kalimdor wäre. Was ist das denn? Da reden die Orks aus Warcraft. Achso, ich dachte, da trägt man seine Termine ein. Aber in Ordnung. Kalimdor trägst du denn Termine ein? Ähm, ich will keiner. Ich glaube, ich gehe für Namib. Das ist ja vermutlich noch afrikanischer Kontinent. So, da sind jetzt nicht mehr so viele Wüstenspots übrig. Und Pax zwischen sieben und acht. Also, kleiner als die Sonora-Wüste, aber größer als das T-Loot. Jo. Mango. Ähm. Magst du Xe? Äh, jetzt glaube ich schon. Das freut mich, du kriegst nämlich eins. Sick. Let's go. Das ist sick. Let's go. Chris, jetzt kriegen wir wieder bei Christian. Christian, wenn du jetzt die falsche Antwort gibst, dann ist Mango der Gewinner. Ja, dann bist du raus, weil es nur zwei Xe gibt. Das Ding ist, ey. Ey, aber haben wir drei Versuche gehabt? Ich hab schon gesagt, dass ich raus bin. Alles gut. Dann meinte ich, ich darf noch mal. Ja, weil du das vorher anders erklärt hast. Ist ja in Ordnung. Ich hab mir das sogar direkt gesagt, dass ich raus bin. Wir sind ja eigentlich nur dazu da, mit möglichst wenig versuchen, diese Liste da vollständig zu kriegen. Ob da jetzt einer einen mehr hat oder nichts mehr, eigentlich völlig gelatten. Ja. Ähm. Ich hab jetzt auch nur den Anhaltspunkt Namib, das Mango den falsch gesetzt hat. Mhm. Und eigentlich könnte ich jetzt nur hingehen und auch wieder Namib nehmen und sagen, das ist größer als Sonora, aber kleiner. Ich geh einfach einen Schritt weiter hoch. Also zwischen Chihuahua und Sonora. Okay. Kann natürlich auch sein, dass wir runtergehen müssten, aber... Oh, verdammt, oben sind auch zwei Spitz vorher. Das war statistisch. Chihuahua-Wüste. Namib kleiner als Chihuahua, aber immer noch größer als Sonora. Chihuahua. Nein, Chihuahua. Nein, das sind so aggressive Hunde. Das müsste eigentlich Chihuahua sein. Chihuahua. Mama. Okay, Christian. Hallo. Du bist raus. Ach, Kors. Hat nur mit zwei Xen. Das ging aber schnell. Du bekommst also einen Punkt mehr als Bram und Mango bekommt zwei Punkte insgesamt. Und jetzt machen wir hier mal eine Ordnung. Antarktis ist keine klassische Wüste wie... Das haben wir doch schon gemacht. Ne, wir machen aber eine richtige Ordnung jetzt. Antarktis, ja, ist halt so eine Kaltwüste, aber zählt offiziell auch als Wüste. Gibt es denn theoretisch dann auch noch die Arktis? Was? Ach so. Theoretisch gäbe es ja auch noch die Arktis, oder? Also ich meine gerade die Insel. Was? So eine Wasserschweben, darunter ist ja nichts. Also die Antarktis ist ja wirklich ein Kontinent. Und der Nordpol, der schwimmt ja nur die ganze Zeit. Also deswegen zählt die Arktis nicht als Wüste. Deswegen zählt das wohl nicht. Die festländische Arktis wird in die Gletscherzone, in Klammern Eiswüste und in den Penglacialbereich unterteilt. Aha! Der Penglacialbereich nämlich. Ja, aber auch Anteilwüste auf jeden Fall. Also Antarktis ist auf jeden Fall 14 Millionen Quadratkilometer. Ist schon relativ groß. Das interessiert mich jetzt. Magst du nochmal googlen, wie groß Deutschland ist? Ja. Ich meine, das wären irgendwie... Wann ist das jetzt? 160 oder 300.000 Quadratkilometer? 160 eher, oder? Ne, 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 ne... 357.000 Quadratkilometer. Ui. Ja, guck mal, wir sind größer in Nora-Wüste. Ja, echt mal. Die Luschenwüste, von der noch nie jemand was gehört hat. Peter, ich google gerade Penglacialbereich und da gibt es einfach legit keine Google-Ergebnisse. Wie schreibt man das? Einer... Junge, ich gehe jetzt hier die Liste durch Sahara. 9,2 Millionen Quadratkilometer. Ja, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Oh mein Gott, die Sahara ist 9,2 Millionen. Okay. Ja, die ist schon recht groß. Gobi... 3? Gobi ist dann schon so 2,3, also ist so voll im Arsch im Vergleich zu Sahara. Die Sahara ist einfach mal so Bäm, Junge. Also, by the way, Sahara, ne, die ist in Afrika und Gobi ist in Mongolei und China. Oh, what? Oh mein Gott, ich bin ja so oft gewesen. Das könnte man wissen, wenn man Terranigma... Gobi ist schon so in Ägypten mit den Pharaonen, ne? Wenn man Terranigma gespielt hat, dann musst du durch die Wüste Gobi mit diesem komischen Mädchen, was sich da durchführt, und das tatsächlich in Asien. Ja, aber sie ist groß, das ist alles, was zählt. Ja, groß ist sie. Und dann kommt tatsächlich auch direkt die Chihuahua-Wüste, die liegt übrigens Grenze USA-Mexiko, und die, jetzt haben wir aber wieder einen Sprung, ist so 518.000 Quadratkilometer groß. What? Danach kommt Karakoum. Hattet ihr bisher noch gar nichts mit zu tun? Ist das in Asien? Zentralasien, ja genau, 400.000 Quadratkilometer. Das ist auch gedacht. Dann haben wir die Sonora-Wüste, die ich euch vorgegeben habe. Die liegt in Mexiko, die liegt in Mexiko, im Bundesstaat Sonora, falls ihr vielleicht davon schon mal gehört habt. Ich nicht. Klar. Dann haben wir Dasht-e-Lud. Die Wüste liegt im Iran. 166.000. Oh, jetzt habe ich es kopiert, das wollte ich nicht. Dann haben wir Namib, korrekt von euch interpretiert als Teil von Namibia. Ha, das war ja auch, ey, diese Transferleistung ist schon. 81.000 Quadratkilometer. Und die Painted Desert ist tatsächlich das kleinste in unserer Liste. Liegt auch in den USA, in Arizona mit 19.000 Quadratkilometer, voll das billige Ding. Na, bitte. Und dann haben wir noch Wüste-Lok-Noor. Das klingt wirklich so wie Lok-Tar und ist in China 47.000 Quadratkilometer. Hm. Also, die Punkte nehmen wir mal mit. Äh, zum nächsten Mango 1. Boah, habe ich mal eine halbe Stunde in die Sahara reingeritten. Wait, ich habe das mal in Christian 1. Ich fühle mich unfair behandelt. Was? Äh, oh, Moment. Ja, du fühlst dich zu Recht unfair behandelt. So, kommen wir zu Tabelle 2. Hier geht es darum zu sortieren. Die größten Imperien und Reiche zum Zeitpunkt ihrer maximalen Ausdehnung. Wir reden hier wieder über Quadratkilometer, wo wir jetzt quasi vom Brain schon mal im Thema voll drin sind. Ihr habt das heute so ein bisschen mit... Oh, die Azteken! Oh mein Gott, wo sind die... Okay, wo sind die Hunden? Das ist jetzt der Gedankenprozess immer komplett überschrieben. Ja, ich hoffe, ich habe es heute so ein bisschen mit Azteken. Also, wir haben hier Reiche, die in der Geschichte der Menschheit mal zwischendurch größer und kleiner waren. Da haben wir vorgegeben, das Aztekenreich mit 0,22 Millionen Quadratkilometer. Was ist los, Christian? Sultanat von Delhi, ist das auch hier Umami? Das klingt irgendwie so, als könnte ich das irgendwo drüber streuen. Abweich ein Glutamater, mein Gott. Okay, Russisches Kaiserreich, USA, Hundereich, Frankenreich, Mongolisches Reich, Japanisches Kaiserreich, Sultanat von Delhi, das Britische Kolonialreich und das Römische Reich. Die Hunden, die kennt man noch als Gladiator. Die geografischen Teile der Erde, die zum Zeitpunkt der maximalen Ausdehnung diesen Reichen zugeschrieben wurden. Yes. Das ist jetzt echt belastend, dass der beste Anfang wird. Wieso ist Mango? Ich bin der Beste. Mango ist der Führende, von den Punkten her. Okay, damit gebe ich mich zufrieden. Du bist der Beste, Mango. Ach. Ja gut, dann fange ich mit dem Obvious Call an. Das mongolische Reich ist auf jeden Fall größer als das Aztekreich. Okay, diese Antwort ist korrekt. Da müssen wir nicht lange drum herum reden. Das ist obviel, wie du schon richtig sagst. Bram. Okay, nehmen wir das offensichtlichste Offensichtliche. Das britische Kolonialreich war das größte jemals existierende. Also, wohin damit? Nach ganz oben. Nach ganz oben. Das ist korrekt. Ich finde es übrigens super, wie da überall so Reich steht, Sultanat. Und dann einfach USA. 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 Ja, super. Das ist ja toll. Das ist schon toll. Also, das ist das britische, das größte, weil ich auch getippt. Das mongolische ist ja auch der krasse Shit von Mongolia gewesen, also von Asien gewesen. Der hat er ja irgendwie, ich weiß nicht, immer noch jeder siebte ist irgendwie verwandt mit Genghis Khan. Ja, dieses Lied finde ich auch toll, ne? Das hat nicht so gerade ein Mythos. Da habe ich schon so oft gesagt, in 200 Jahren haben wir so ein Lied, ne? Adolf. Adolf. Adolf Hitler. Also, weil, ich meine, Genghis Khan war ja nicht anders, ne? Da muss Peter peinlich bürend lachen, weil Genghis Khan war auch nicht besser. Ja, genau, weil Genghis Khan war doch nichts anderes. Der durch die Lande gezogen hat, gebrannt, schatzt, geraubt und Leute geschickt. Der Gedanke ist halt lustig und tatsächlich nah an Lied. Ja, das ist lustig. Also, den Gedanke mit dem Lied, meine ich. Aber, pass auf, kommen wir mal zum Ernst des Lebens zurück. Wir gehen mit den Rusen. Die Rusen sind auch riesenreich gewesen, aber ich glaube nicht, dass die Genghis Khan das Wasser reichen konnten. Deswegen setze ich die zwischen 4 und 5. Alles klar. Alter, ihr seid geil, weil das ist korrekt. Die erste Runde ohne Fehler durch. Back to Mango. Jetzt kommen wir mal zum Spaß. Ich habe mir jetzt ein bisschen meine Idee kaputt gemacht. Aber angenommens ist das Aztekenreich mit 0,2. Das sind 220.000 Quadratmeter. Das ist kleiner als Deutschland. Basically, heute ist. Das heißt, dann ist die USA ja aber nicht so groß ab maximaler Ausdehnung. Was ist USA maximaler Ausdehnung? So, keine Ahnung, heute. Plus, wie das ein paar stellvertretender Kriege. Also, ich mache einfach USA zwischen 4 und 5 zwischen Russisches Kaiserreich und Aztekenreich. So smart. Gin. Gin. Ich gehe einfach immer weiter nach oben. Mango. Dein Denkprozess, ne? Mhm. Der ist korrekt. Dankeschön. Also, cool, meine ich. Ja. Rammt. Ja, wie gesagt, das ist das Aztekenreich mit 0,2, 2 Millionen Kilometer. Das ist halt echt winzig. Ja, das ist halt gerade mal so groß wie irgendeine komische Wüste. Und deswegen nehmen wir das Römische Reich. Das erschreckte sich nämlich über halb Europa. Ja. Und Nordafrika und der Nahe Osten. Aber die USA waren bestimmt trotzdem größer, weil das ist ein ganzer fucking Kontinent. Und Europa selbst als ganzer Kontinent ist kleiner als die USA. Also nehme ich das Römische Reich und sage, größer als Atze, aber kleiner als Usa. Oh, okay. Alter, ja guck mal, Bram, das ist doch mal eine Herangehensweise. Ja, aber da kann ich mir was einfallen, wenn du mir eine Wüste Karumbi erzählst. Ja, das ist halt schön. Guck mal, da hast du mal kurz ein bisschen nachgedacht und dann läuft das auch. Wir machen das beim nächsten Mal andersrum, weißt du. Dann gebe ich dir einfach Tickersymbole von Aktien. Weißt du, das ist richtig? Das ist richtig. Scheiße. Und dann sage ich, dann denk doch mal nach, Peter. Auf der keine Ahnung. Okay. Also, es liegt bei Christian jetzt. Ach, schade. Ich dachte, du lässt jetzt Lukas noch mal ein bisschen erzählen. Ich habe das gemerkt, ich habe nur ausführlich laut gedacht fast. Okay. Okay, gehen wir mit den anderen Krassen, die da noch stehen. Ja, ist okay, wir machen weiter. Scheiß auf mich. Ja, okay. Ja, den brauchen wir gerade eh nicht. Genau. Ich möchte mich gerne über die Japaner unterhalten. Okay. Die waren da, also, ne, zum... Sehr höflich. Das japanische Kaiserreich in seiner gänzlichen Größe war krass. Weil die haben ja auch so... Die waren ja auch so Südkorea und deswegen können die sich ja immer noch nicht so ganz leiden, glaube ich. Ja, ich würde das auch nicht so positiv konnotieren, glaube ich. Deswegen. Also, da gab es ja auch mal so Unterdrückungen und... Ähm, die Frage, die ich mir... Also, klar, die sind größer als das Aztekenreich. Die Frage ist nur... Die sind größer gewesen als das römische Reich. Warte mal, die Römer waren... Äh, von... Die waren auch teilweise... Waren die in Ägypten? Oder ist das nur so ein Asterix-Ding? Ah, war... Äh... Die waren ja hoch... Bis... Londonium hieß das ja nicht von ungefähr. Aber waren... Ich dachte, das hieß Londinium. Ist halt nicht egal, aber das ist beides so römisch. Ja, das sei vollkommen lat. Also, das hat man bei Assassin's Creed Valhalla noch gespielt. Deswegen. Waren die Japaner krasser als die Römer? Die japanische Dynastie... Ach komm, ja, ich glaube, die Japaner sind ein krasses Volk gewesen. Aber waren die auch krasser als die USA? Also, USA aktuell? Oder ist das zu ihrer Hochzeit? Ihrer maximalen Ausdehnung. Ich frage mich, ob das nicht so noch heute ist. Was war denn so die maximale Ausdehnung der USA? Die haben doch immer nur... Die wollen doch immer nur Rohstoffe klauen. Deswegen meine ich eben, bloß ein paar Stellvertriegerkriege wahrscheinlich irgendwann mal. Ja, deswegen... Also, die haben sich ja nie gedacht, irgendwie... Mensch, wir greifen jetzt einfach mal das kleine... Weiß ich nicht. So ein Hirngespin... Mexiko an, weil... Die waren nur zweithalb Jahre zu spät. Wir nehmen das jetzt irgendwie ein. Ja, es geht ja schon um Landfläche, die dann auch der USA zugeschrieben wird. Also, wenn die jetzt einen Krieg haben in Afghanistan, dann ist das ja weiterhin Afghanistan gewesen und nicht USA. Ist it though. Genau. Aber als der ganze Kolonialscheiß da drüben war... Die USA sind ja viel später ausgerufen worden als Staat. Ja. Okay, also die Japaner auf jeden Fall übers Römische Reich. Und unter die USA. Alles klar. Das war... Das war ein Prozess. Leck, um mir. Ich hab in meinem Kopf gewürfelt. War eine Vier. Also, das japanische... Das japanische Kaiserreich war zum Zeitpunkt der höchsten Ausdehnung. Laut Christiani... Kleiner als die USA, aber größer als das Römische Reich. Und diese Einschätzung ist vollkommen korrekt, Alter. Nein. Zweite Runde, auch wieder durch. Ohne ein einziges X. Okay, und jetzt bin ich raus. Ja, ich muss auch erst mal nicht mehr dran. Jetzt darf Mango erst mal was machen. Das Hundreich. Das Sultana hat von denen geschmeckt. Das Hundreich kann ich gar nicht einschätzen. Heißt das nicht auch Sultanin für Rosinen? Ja, eben. Sultanin... Ne. Was? Doch, Sultanin heißen doch... Also, es gibt doch Rosinen und Sultanin. Die sehen aus wie Rosinen, aber das sind keine Rosinen. Oh, weißt du? Sultanina ist eine Traube. Ja, guck mal. Aber hier... Korinthen und Zibäben. Aber auf backen.de in einem Forumsbeitrag gibt es auch Sultanin. Sind also Sultanin ebenfalls Rosinen? Das ist die Frage, die wir gestellt haben. Das ist die Frage, die wir stellen. Ach so, Entschuldigung. Ja, warte mal. Was ist der Unterschied? Rosinen, Sultanin, Korinthen. Hallo, kannst du mal nicht googeln hier gerade? Darf ich nicht nach so... Nein, weil du dran bist, du musst mir hier was sagen. Ich kann währenddessen googeln. Okay, tut mir leid. Okay, also folgendes. Hundenreich, keine Ahnung. Frankenreich, keine Ahnung. Haben sich nur durch die ganze Welt gefügelt und Königshäuser besetzt. Sultanat von Deli. Ich glaube, das Sultanat ist ein Bait. Das ist ein dicker Bait. Wir sind hier voll im Gedanken drin. Oh, Kaiserreich. So dick territoriale Ansprüche. Ich glaube, das Sultanat von Deli ist so ein... Ist so ein Vatikan-Shit, aber so Skaft. Und Azteken hatten schon so voll viel Wald so. Und schon Bäume und Boden so. Aber Sultanat von Deli einfach so packed in Indien. Ich glaube, die sind kleiner als das Aztekenreich. Aztekenreich gewesen. Also, Sultanat von Deli kleiner als Aztekenreich. Ja. Dahin. Ja. Bin da irgendwie nicht ganz mitgekommen. Was heißt Skaft? Ich dachte, das ist Controller. Ja, die Skaft ist einfach nur so eine schlechte Version von etwas sein. Ah, also sind Skaft-Controller die schlechten Xbox-Controller? Ja, warum das so heißt, kann ich dir auch nicht sagen. Okay, nice. Okay. Mango. Mhm. Wie hieß der Rapper nochmal? DM? DMX? Rob Rob? Das ist absolut korrekt. Oh! Oh! Okay. Das nehme ich gern, das X. So ein X nehme ich mit. Gross. Okay. Ja, aber die harte Frage. Ist das Frankenreich? Ist das Frankreich? Oder ist das was komplett anderes? Und ich... Ja, deswegen die Frank... Also die Franzosen... Franzosen waren doch auch bis überall quasi. Ja, sind das die Franken? Das wollte ich einfach nur mal in den Raum stellen. Aber ich bleib bei den Sultanien von Deli. Okay. Und sag jetzt einfach mal, weil ich da schon mal weiß, dass das Aztekenreich kleiner... Also, das muss ja kleiner gewesen sein zumindest als Deli. Und... Ja, komm ganz ehrlich. Selbst wenn ganz Indien zum Sultanat von Deli gehört hätte, wäre das kleiner gewesen als das Römische Reich. Ja, ja. Deswegen sag ich, dass das Sultanit von Deli zwischen das Römische Reich und Aztekenreich kommt. Okay, das Sultanit von Deli kommt jetzt dahin, ja. Ja, die Sultanien von Deli kommen genau da an die Stelle. Okay. Wie ist nochmal der Typ, der Pimp My Ride moderiert hat? No. Weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, aber ich weiß, wie du... Okay, dann kriegst du auch kein Xter. Das ist richtig. Ich weiß nicht. Was? Was ist der Römische Nachbar, oder was? Wie hieß denn der Typ? Xzibit. Ja, stimmt. Dann hättest du, wenn der jetzt Xzibit gesagt hätte. Nee, dann ist so oder so. Also, wenn der jetzt Xzibit gesagt hätte. Dann wäre das falsch gewesen. Können wir mal diese Random-Show holen? Hast du irgendwie gerade einen Tab auf den Peter, so Rapper mit X im Namen? Nein, darf ich nicht. Würdest du denn noch einen mit X kennen? Ah, warte, Peter. Das kannst du mir gleich erzählen. Denn die Franken sind mir tatsächlich viel zu heikel. Ähm, denn... Ach ja, Mann. Selbst wenn es das... Also, wenn es wirklich dieses französische Reich mit all seinen Kolonien ist, die es überall gegeben hat. In Afrika und irgendwie in der Karibik und weiß der Geier noch, wo die überall waren. Französisch Polynesien oder so ein Quark. Dann weiß ich immer noch nicht, in welcher Größenordnung wir da reden. Deswegen gehe ich auf die Hunnen. Und die Hunnen, das war zumindest im Film Gladiator, war das so ein Dörfchenvolk, die eigentlich eher so Barbaren sind. Weißt du, so wie bei Ziff. Weißt du, wenn da mal wieder so ein Lager aufploppt, dann sind das die Hunnen. Und bei den Hunnen... Du kommst mit einem Helikopter an. Aber ganz kurz, Christian, ich möchte dir das nur überdenken geben. In Mulan waren das Hunderttausende. Ja, okay, aber das sagt ja nichts über die Größe, weil wenn das so ein Inzest-Stamm ist... Polanes Hunden-Propaganda. Dann wohnen die so wie 20 Leute in einem... Nein, aber ich will damit nur sagen, wenn die es schon schaffen, eine Armee von Hunderttausenden aufzustellen, dann werden die ja nicht so groß sein wie der Vatikan. Die sind alle nur sehr überzeugt. Ja, okay. Das ist jetzt belastet. Okay, das macht tatsächlich Sinn. Ich hätte die Hunnen jetzt auf die Neuen gepackt, aber... Kannst du ja machen trotzdem. Vielleicht habe ich auch vorher falsch. Aber ich kenne die nur aus Mulan. Wenn das wirklich Hunderttausende waren, damals... Ich werde es dir geben. Ah! Mag ich. Ich werde es dir selbst geben. Ich werde es dir geben. Ich werde es dir geben. Ja, dann... packe ich die Hunnen zwischen sieben und acht. Okay, also... Hinter die Dultanin von Deli. Also, die Hunnen... Hunnenreich kleiner als Sultanat von Deli, aber größer als das Aztekenreich. Ja, wobei die Azteken die interessantesten sind. Nee, das stimmt nicht. Okay, Christian. Welcher Rapper hat im Jahr 2015 ein Album rausgebracht mit dem Titel Baba a la Babas? Ich bin zufrieden. Oh, warte! Das war... Ray Ridge, wie richtig? Nein! Das war Hata! Oder Xata, wie er geschrieben wird. Und deswegen Christian X. Okay. Unter dem großen Risiko, dass ich jetzt... Oh mein Gott, wie kann man das nicht wissen? Kommentare generiere, ja? Möchte ich die Überlegung äußern, dass die Franken eine Herrschaftsfamilie waren und echt lange sich in viele Königshäuser rein und vor allem Länder zusammengevögelt haben. Und... Ja, okay, aber... Da heißt es, dass es waren Deutsche, ja? Ähm... Die waren bestimmt auch in Deutschland mal unterwegs. Ich bin der Meinung, mich irgendwie an einen Zusammenschluss zu erinnern, der auf jeden Fall größer als Frankreich ist. Wesentlich größer. Ich glaube, in Spanien waren die auch mal dick unterwegs. Und ich... Aber wenn es größer als das Römische Reich wäre, müsste man da mehr drüber wissen, das Gefühl. Deswegen packe ich dieses Frankenreich zwischen 6 und 7, zwischen Römisches Reich und Sultanat. Okay. Zwischen Römisches Reich und Sultanat. Also... So, geil. Kleiner als das Römische Reich, aber größer als das Sultanat. Das Frankenreich. Warte kurz. Wie heißt der Rapper nochmal? Lil Nas? Ja, X. Yes! Und deswegen kriegst du ein X. Scheiße. Ist Mango jetzt raus, oder? Mango ist raus. Oh, nicht XC. X, X. Mango ist raus. Null Punkte für Mango diese Runde. Das heißt, ich ziehe zumindest schon mit Mango gleich. Das ist gut. Keiner kann mich jetzt überholen. Alles ist drin für die letzte Runde. Oh mein Gott. Brahm hat noch gar keinen X. Okay. Dann nehme ich jetzt das Frankenreich. Und bin da ganz bei Mango. Das hat nicht größer ist als das Römische Reich, weil das war schon krass dick. Mhm. Und sagt deswegen, die Sultanien von Delhi waren krasser als die Franken. Weil die Franken sind nämlich gar nicht die Familien, die sich durch die Gegend gevögelt haben. Das ist nämlich die Familie von Hannover. Ja, die Habsburg. Die Habsburg-Familie. Ja, die waren halt nämlich, deswegen gehört ja ganz Europa, alle Königshauser eigentlich. Das hat ja auch so einen Inzist-Verein. Und die Franken sind halt wirklich nur Frankreich. Und das ist dann halt ein bisschen Kolonialzeugs in Afrika, ein bisschen in Südamerika und Frankreich selbst. Das ist schon ein bisschen bitter, oder? Was früher so rein blutes und edel war, ist heute einfach Inzest. Ich glaub, das war's damals auch schon. Ich bin mir nicht sicher. Ja, aber hey, kommt drauf an, wie du das interpretierst. Ich hab da letztens, also dazu hab ich tatsächlich nochmal eine schöne Doku gesehen. Ja, jetzt sieht man halt Frankreich, aber dass man auf den Bildern, dass man auf den Bildern sehen kann, dass viele Königsfamilien richtig krass mongoloide Züge haben aufgrund der Inzest. Okay. Das ist belastend. Aber das erinnert nichts daran, dass ich mal, dass Frankreich trotz alledem, dann hinter das Sultan... Zwischen 4 und 5? ...davor. Scheiße, Moment, wolltest du das? Ich wollte gerade nochmal nachfragen, wohin geht's damit? Nee, genau. Die Sultanien kommen vor die Franken. So, dat war nämlich. Also, Moment. Also, so. Nee, Moment. Hatten wir das gerade so rum? Oder hat man das gerade anders rum? Ja, das Frankenreich ist nur so ein Hof, der irgendwo steht und es ist eigentlich nur so... Nee, also für mich sind die Atzen wirklich der Abschaum hier. Also, auf der Liste. Die Arzteken waren super. Ja, die Arzteken sind super, aber ich meine größentechnisch. Ja, ja, ja. So, jetzt die Frage, weil ich nicht gut aufgepasst habe, hatte Mango die Franken über oder unter diese... Ich glaube, das ist so richtig. Ja, so gute Frage. Ich glaube, du hast gerade noch darüber geredet, bla bla, die Franken waren krass, römisches Reich, und so und deswegen sage ich, die kommen genau so, wie das da steht, Peter, ist das. Okay, lockst du ein, ja? Ja. Das ist richtig. Okay, sehr gut. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Das ist aber, glaube ich, gut für meine Hunden, denn dann ändert sich nichts daran, da die ja nicht zwischen Sultanat und Aztekenreich kamen, muss ich da aber die Franken jetzt nicht berücksichtigen. Ähm, dann wäre die nächste Überlegung nur zwischen sechs und sieben oder zehn. Zehn hatte ich ausgeschlossen, also kann ich wieder nur so treppchenmäßig gehen. Also waren die Hunden kleiner als... Warte mal, die Hunden haben sich doch auch gegen das römische Reich gewehrt und so ein Quatsch, oder nicht? Also sie waren kleiner als das römische Reich, aber dann größer als das Sultanat von Delhi. Also zwischen sechs und sieben. Okay, also... So... ...größer als Delhi, kleiner als Römer, ja? Ja. Ich hoffe, du musst nicht googeln. Okay, Christian. Folgender Rapper. Nein, das ist auch richtig! Die war mal wahnsinnig! Ja, ja. Die hätte ich sonst echt unter dir als... Aber das macht keinen Sinn, ja. Okay, Leute. Als nächstes würde ich von euch gerne wissen, weil jetzt müssen wir ja so ein bisschen... Jetzt muss ich ja Sachen dazu fingern. Mhm. Wohin... Also, Mango, du bist raus. Wohin... Das ist nochmal wichtig. Kommt das makedonische Reich? Boah. Bramme. Makedonien. Die sind auf jeden Fall groß genug, dass die in Computerspielen schon mal vorgekommen sind. Und... Hmm... Ich darf das jetzt googeln, ne? Das ist doch Richtung Griechenland und so, oder? Fert richtig? Wen stellst du diese Frage? Ich stelle dich einfach mal laut in den Raum und hoffe vielleicht auf irgendeinen, der ein M-M-M-Ausversehen macht oder so. Oder ein M-M-M. Waren die Makedonien... Waren nicht hier, äh... I'm the hellepellenist from the hellepellenist... I'm the hellepellenist from I'm pissed oder so? Das ist doch Makedoden. Nicht falsch geschrieben, heißt das nicht Mazedonien. Hast du gerade Eminem zitiert? Nein, hab ich nicht. Mazedonien? Was hat der da denn gesagt? Aber dann heißt es doch Mazedonien, oder? Und nicht Makedonien. Ey, da... Dementsprechend bleibe ich trotzdem mal da. Die hatten also einen Teil der Türkei... Und dann nach Norden. Hab ich das falsch ausgesprochen vielleicht? Also das wird quasi mazedonisches... Und dann nach Norden, what the fuck? Nein, die Griechen. Die hatten ein Stück von der türkischen Halbinsel, die noch in Europa ist. Dann Richtung Zypern und so Geschichten. Ein bisschen Mittelmeer. Und dann nach Norden von da aus. Also von... Von Athen und Sparta aus nach Norden. Ist das das Reich? Ich glaube schon. Das ist dann dementsprechend bestimmt die Hun, die sagen südlich von China, Rani. Und das ist ja die heutige Mongolei. Dementsprechend sag ich, das Makedonische Reich kommt über das Frankenreich und unter die Sultanien von Delhi. Das ist doch mal eine Ansage. Wie hieß nochmal dieser Song? Irgendwie Athen auf Wiedersehen. Was kommt da vor nochmal? Athen auf Wiedersehen. Hä? Ich weiß es nicht, aber ich weiß, was du meinst. Das ist so ein Kinder-Ding. Um sich immer zu merken. Oder so ein Ballermann-Ding. Hä? Sex Athen auf Wiedersehen, oder was? Nein, stimmt. Das ist doch so ein Lied auf Finger in den Po, Mexiko. Und dann kommt Athen auf Wiedersehen. Das ist ein Lied. Das macht mich irre. Okay. Warte, das werde ich sofort googeln. Aber Bram, das ist falsch. Ich dachte, jetzt kommt auch was mit X. Nee. Oh Mann. Das hat mich nur gerade wahnsinnig gewandt. Okay. Christian, du hast deinen Versuch. Ja, schön. Makedonisches Reich. Finger im Po-Text. Also Sultanien von Delhi. Ich glaube, das ist viel zu klein. Die Makedonia waren richtig krass. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. So nämlich. Wow, Paris. Ich dachte, da kommt wirklich jetzt was mit X. Nee, tut mir leid. So, Entschuldigung. Was hast du gesagt? Ich glaube, also das Makedonische Reich, das war richtig krass. Okay. Und. Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Zeit dieser ganze Spaß gewesen ist. Also. Ich frage mich auch immer noch. Damals haben noch gar nicht so viele Menschen gelebt. Wie haben die den ganzen. Achso, deswegen haben die den ganzen Shit auch immer alles erobern können. Weil da einfach keine Sau war. Ah ja, das ist okay. Ähm. Ja, 50.000 Leute sind einfach gerannt. Von Griechenland bis nach Frankreich. Also mal ganz ehrlich. Free Real Estate. Also. Damals gab es doch keine 5 Milliarden Menschen. Wo dann irgendwie hinter jedem Baum theoretisch jemand warten kann. Der dann das Land verteidigt. Da hast du einmal die Armee platt gemacht. Und dann war Ende. Ähm. Ich frage mich halt nur. Wie ist das mit den Römern. Die Römer und die Makedonier. Waren die Makedonier krasser als die Römer. Wenn man mal überlegt. Wie viel Anteil die römische Geschichte bei uns. Also überhaupt dieser ganze römische Kram bei uns in der Kultur und in der Geschichte hat. Dann sind die Römer schon krass. Oder einfach völlig überbewertet. Gar nicht bis zu uns. Oder einfach völlig überbewertet. Ja, das kann natürlich auch sein. Weil ich meine, wenn ich dir das jetzt schon angucke. Weißt du, alles. Du hast immer die Römer. Und hier und da. Und dabei waren die japanischen. Die japanische. Die USA heute ist viel krasser. Makedonien. Waren die auch krasser als die Japaner? Ja, Japan ist doch nur so klein auf der Karte. Ja. Hast du die Lücke im System gefunden, Griff? Ja. Aber in welcher, also bei Makedonien würde mir echt helfen zu wissen, in welcher Zeit der ganze Kram gewesen ist. Kann ich dir leider jetzt noch nicht sagen. Ich kann dir gleich komplett die Bibel erzählen, Alter. Geil. Ich bin gerade komplett in der Lore drin. Nice. Von allem oder nur von den Makedoniern? Von Makedonien und allem, was da passiert ist. Das ist ja so interessant. Aber Christian, du musst mir jetzt sagen, wohin damit? Ja, zwischen Hunden und Römisches Reich oder zwischen Japanisches Kaiserreich oder Römisches Reich? Okay. Immerhin haben wir schon mal zwei zur Auswahl. Ähm. Ach, die Römer sind Lappen. Fünf und sechs. Christian sagt, die Römer sind Lappen. Ja, harte Aussage auf jeden Fall. Makedonisches Reich größer als das Römische Reich. Aber kleiner als das Japanische Kaiserreich. Christian, da ist korrekt! Oh mein Gott. Kein X für dich. Bram. Ach scheiße, jetzt muss ich ja wieder mal aussuchen. Oh. So, das kann man überraschen für dich. Okay. Das Reich. Ich glaube, das wird ausgesprochen. Oh Gott. Sumer? Ach, die Sumerer! Oder sind das die Sumer? Ja, Sumer. Gibt es die nicht auch bei Ziv? Das Sumer und das Boomerreich, man kennt sie. Hat man die denn gespielt? Oder war das Age of Empires? Kann es Ziv sein? Ziv oder? Ich habe Sumer im Kopf. Aber da wird Sumer geschrieben. Ich dachte... Vielleicht sind das aber auch zwei unterschiedliche Sachen. Krass, ey. Okay, das fickt gerade meinen Kopf komplett. Ich dachte, die Sumerer... Ich dachte, das wäre nur so eine Stadt gewesen. Also sagen wir mal so, es gibt ein Reich, was so geschrieben wird. Sumer. Das ist so cool, wenn man die Sachen nebenbei googlen darf. Ich sage es wie süß. Du bist raus. Das ist cool. Wann waren denn so die Sumer? Humera? Don't say it. Warum heißt das eigentlich nur Sumer und nicht Sumera? Also war... Weil wenn du von... Also eigentlich ist das Land dann Sum? Alter, ich kann euch zumindest sagen, das hat was mit den Sumerern zu tun. Also die Leute, die da leben, heißen Sumerer. Genau. Ah, ja. Achso. Das Reich heißt Sumer und die Leute, die da gewohnt haben, sind die Sumerer. Und die, die außerhalb gewohnt haben, sind die Sumer weniger. Scheiße, hab ich verkackt. Oh Gott. Also ich bin ganz ehrlich, Peter, ja? Ich habe keine Ahnung. Meine allererste Intention war es, dass du jetzt so ein Abfuckspiel machst und einfach mal die ganze Zeit auf den Arzt rumgeritten sind. Die sind jetzt kleiner. Okay. Und deswegen letztendlich die da hin. Auf den letzten Platz. Auf den letzten Platz. Das Einzige, was ich mir noch denke, ist, ich habe im Kopf, dass die Sumer, beziehungsweise die Sumerer, ja, Sumer kann ich das gar nicht, dass halt nur eine Stadt ist. Ja. Das ist so ein Ding. Das ist, also vielleicht ist das wie mit den Hunden mit Christian. Ich habe das komplett falsch im Kopf gehabt oder so. Ich dachte immer, die Sumer wären einfach nur so eine Stadt und dann ist so ein Stadtstaat. Deswegen, und das wird halt dazu passen, so zu deiner Sneakigkeit und deswegen setze ich die da hin. Deine Sneakigkeit, Peter. Ah ja, wie ich hier einfach als sneakig bezeichnet werde. Das ist aber korrekt. Ach komm. Wie ich hier einfach als sneakig bezeichnet werde. Okay, Christian, ich präsentiere Ihnen die Sowjetunion. Das ist jetzt genau das Gegenteil gemacht. Ja, also die Sowjetunion ist vielleicht, aber sie ist halt, die Sowjetunion ist, beziehungsweise war, wenn man jetzt die Länder nimmt, die früher in der Sowjetunion gewesen sind, größer als die USA. Safe. Der Mongolische Reich war aber größer als die Sowjetunion. Jetzt ist nur die Frage, der Russische Kaiserreich, war es nun jetzt größer als die Sowjetunion oder kleiner? und ich wette, pass auf, aus dem Russischen Kaiserreich ist ja die Sowjetunion irgendwann mal hervorgegangen und ich wette, so wie immer, haben die dabei Land verloren. Weil die mussten ja auch die ganzen anderen Länder auch noch vereinen und so, das war viel zu krass und deswegen über oder drunter. Warte mal, war das Russische Kaiserreich? Kaiserreich muss ja auch nicht, da kannst du ja auch nur so Vasallen und so ein Shit haben. Das war größer. Also die Sowjetunion unter die, unter das Russische Kaiserreich und zwischen die USA. Also, äh, über die USA. Also, ja, kleiner als Russisches Kaiserreich, größer als die USA. Also, safe größer als die USA. Nur die Frage, ob kleiner oder größer Russisches Kaiserreich. Aber die Antwort loggst du ein? Ja. Okay. Das hätte ich sogar gewusst. Okay, ist das richtig, Bram, oder falsch? Das ist so richtig. Das Russische Kaiserreich ist die jemals größte Ausdehnung des russischen Landes ever. Zu sehen in, äh, der Serie Katharina the Great, wo die das mal sagt und dann kommt so ein Sternchen ein, da steht, it's a true story. Vögelt die da mit dem Pferd. Ernsthaft? Also, die brüsten sich echt in der Serie mit so einem Einblender, dass da mal ausnahmsweise so ein tuschgeschichtliches Ding drin ist. Das machen die, das machen die in der Serie ganz oft bei Sachen, die wahr waren. Das ist ja nice. Ey, die Sachen haben wir uns nicht ausgetan. Ja, aber das ist halt, weil die Serie heißt ja, kann ich mir sagen, äh, irgendwie eine, eine fast wahre Geschichte oder so heißt das. Wow. Okay. Die haben die die Pferde-Geschichte weggelassen. Die Pferde-Geschichte kam bisher noch nicht vor. Hemenidenreich. Ach, Scheiße. Das klingt, als ob die Echsenmenschen rammt. Pass auf auf. Nein, das ist Archimond aus Vorkroft. Ja. Achso, okay. Ja gut, dann ist es das. Hemeniden. Jetzt sind wir wieder bei der Wüste, ne? Keine Ahnung, hab ich noch nie gehört. Also, von denen, die da stehen, ist das, achso, ja. Hat man ja zumindest schon mal gehört, also auch so Zuma, aber Archimond. Ich lerne so viel gerade. Hab ich auch noch nicht in Age of Empires oder so gehört. Die kamen auch nicht vorbei, es war einmal der Mensch. Ne. Glaube ich. So, und deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass das so ein Trickding ist, wie da, und die Sumerer, aber die vorletzten sind, und deswegen kommen die, äh, die letzten sind, und deswegen kommt das Archimedienreich, Archimedienreich, wie auch immer, kommt auf, kommt zwischen die Atzen und, äh, die Sumerer. Okay. Ich hab keine Ahnung. Ja, okay, also, dahin. Richtig? niedriger als Azteken, ja, aber das ist das, was du einloggen willst. Niedriger als Azteken und größer als, als, als Zuma. Ja. Das ist falsch. Das ist falsch, okay. Das ist falsch, Stein X, Junge. Alter, ist das übel. Ich hab das jetzt auch nochmal gegoogelt, das ist voll fies, das Archimedienreich zu nennen, aber so heißt das offiziell, aber, in Klammern steht bei Wikipedia, auch als altpersisches Reich bekannt. Oh. Oh, das ist riesig. War das, die Perser, die waren kleiner. Die Perser, die waren ja gigantisch, das muss ja voll weit oben stehen. Dann hätte ich gesagt, zwischen sechs und sieben. Äh, nicht ganz. Moment, zwischen sechs und sieben, nee, Makedonien war sogar auch noch kleiner. Ja. Krass, okay. Also, Makedonien hatte nur Inseln. Da. Holy shit. Okay, also, das war eine lange Runde. Christian bekommt dafür zwei Punkte, Bram, einen Punkt, Mango, null Punkte. Yes, alles für einen Punkt. Ja. Das britische Kolonialreich war 35,5 Millionen Quadratkilometer groß im Jahre 1920. Wie Bram schon richtig sagt, flächentechnisch größtes Reich ever. Da haben die Briten ja auch die ganzen Schätze der Sehenswürdigkeiten gerettet, muss man sagen. Gerettet. Da haben die die ja zum Glück nach Hause genommen, sonst wären die alle kaputt gegangen. Richtig. Mongolisches Reich. Vor dem Bamban. 24 Millionen Quadratkilometer. 1309 war das, wo das das größte Reich, also das mongolische Reich quasi die größte Ausdehnung hatte und war dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch das größte. russische Kaiserreich auf Platz 3 mit 22,8 Millionen Quadratkilometern, das war 1895. Sowjetunion war wohl... Krass, das ist ja noch... Also 1895, dann ist ja die Sowjetunion sehr anschließend. Ja, 1945 war sich die Sowjetunion, ja. Ja, ja. Dann waren es 22,3 Millionen, also tatsächlich sehr knapp. Ja, nee, Chris. Okay. Okay. Ich wollte nur einwerfen, hat nicht die Sowjetunion auch schon im Zweiten Weltkrieg mitgemischt? Nein, 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 nein. Ah, okay. Also dann hatten sie die größte Ausdehnung, weil sie den Krieg gewonnen haben. Ah, das meintest du. Okay, tut mir leid. Und dann habe ich nicht gerade... Ich dachte, es wäre eine Antwort auf meine... Frage gewesen, so habe ich das auch verstanden. Achso, nee, also dann haben die ja quasi Teile bekommen, so wie beispielsweise... Ja, ja, DDR-Teile und deutsche Teile. Ah, okay, das war jetzt. Ja, und 1945 waren sie dann am größten. Es hörte sich so alle, als ich sagte... Wann die entstanden ist, die Sowjetunion, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Jetzt muss ja dann, also wie gesagt, nach dem russischen Kaiserreich gewinnen sein. 1900, oder? Ja. Weil du sagst, die hatten die größte Ausdehnung, ach, was hast du gesagt? 1898? Ja, 1895. 1922 wurde die gegründet. Ja, dann muss es ja relativ zügig danach gewesen sein. Okay, USA, interessanterweise, 9,67 Millionen Quadratkilometer. Und hier steht einfach, diese Größe der Ausdehnung hat die USA seit 1899. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Also, hat sich seitdem nichts an den... Nee, die nehmen ja nichts an. Also, die haben doch im Endeffekt die USA... Also, die haben doch die USA, dann haben die Alaska und halt Hawaii. Ja, also Alaska oder Hawaii wird dazu gekommen sein, 1899. Und Hawaii ist ja nichts. Wart das. Okay. Das japanische Kaiserreich. 8,5 Millionen Quadratkilometer. Und zwar... Kurz bevor sie verloren haben, 1942. Okay. Dann haben wir die Perser schon. 5,5 Millionen. Das war 500 vor Christus. Kurz bevor sie verloren haben. Makedonisches Reich. Ich denke mal, die meisten Reiche sind tatsächlich kurz bevor sie verloren haben. Das ist doch irgendwie belastet. Du hast deine größte Ausdehnung. Also, du... Du eroberst immer mehr. Ja. Und wirst immer größer. Und dann gehst du aber direkt... Auf Null. ...so von 100 auf Null. Ja, wie Österreich und Ungarn ja auch. Weißt du, du hast ein Riesending und dann, bam, Österreich. Das sind wie deutsche Videospielfirmen. Wachsen zu schnell und implodieren dann. Das ist ja irgendwie... Ich sehe da was. Okay, makedonisches Reich war 323 vor Christus. Ach so knapp. Knapp dran. Ja, ist alles super knapp. Das römische Reich mit 5 Millionen. Alexander der Große, by the way. Beim makedonischen Reich. Ah, ja. Stimmt, da hast du ja gelesen. Ja, das ist übel interessant. Ich google heute den ganzen Tag nur noch Reiche. Aber dann waren ja die... Die Makedonier und die Römer waren ja dann auch... Findest du dich selbst? Ah, und ich auch, Peter. Ah, und ich hatte halt überlegt, also wie weit die Makedonier von den Römern auseinander sind. Aber was hast du gesagt? 300 vor Christus? Das sind ja dann auch, keine Ahnung, 300, 400 Jahre, oder? Ja, römisches Reich war 117. Am größten. Also 400 Jahre zwischen der Größe des makedonischen Reichs und der größten römischen Reich. Hundenreich hatten wir 4 Millionen Quadratkilometer. Das war 441 nach Christus. Ähm, Marco, kannst du mir mal kurz sagen, wo die Hunden waren? Okay, in die Hunden habe ich noch nicht reingeschaut. Die waren noch südlich von China, oder? Deswegen gibt es auch die Mauer. Die chinesische Mauer steht auf der Strecke. Ja, also ich würde auch sagen, dass das gegen die Mongolei ist. Ja, ich dachte, die Hunden wären die... Ja, die Mongolen sind doch die Hunden. Nee, Mongolen ist ja auch mongolisches Reich. Wait, ist das alles das Gleiche? Wieso kriege ich das auf Niederländisch? Was soll das? Also das Hundenreich war ja 441 nach Christus. Das mongolische Reich war 1309. Also das kann ja schon sein. Sammelbegriff für eine Gruppe der zentralasiatischen Reitervölker mit nomadischer, später halbnomadischer Lebensweise. Tatsache, dann sind die daraus hervorgegangen. Ja. Dann Sultanat von Delhi, ja? Hier unsere schöne Gewürzpaste. 3,2 Millionen, das war 1312. 1312, krass. Das ist sehr viel später, als ich dachte. Ja. Dann Frankenreich, das war 814 nach Christus. 1,2 Millionen. Und jetzt haben wir wirklich, wirklich klein. Zuma ist übrigens nicht nur eine Stadt. Sondern, das war ein Gebiet mit mehreren Städten. Wie Babylon zum Beispiel und so. Aber ja, trotzdem winzig im Vergleich zu den anderen Sachen. Wait, nicht 0,022. Das ist ja wie Azteken reicht. Entschuldigung. Sondern 0,05. Das war 2.400 vor Christus. Okay. Das heißt, die waren, glaube ich, mal 50.000 Quadratkilometer. Das heißt, die waren ungefähr so groß wie Luxemburg. Das ist diese erste große menschliche Zivilisation. Ich vorgehe, dann können das aber nicht viele gewesen sein. Also, huiuiui. Nee. Also, da wurde die Schrift erfunden. Oh ja, schön. Weißt du, das ist das Schöne an Zivilisationen, weißt du. Jede Zivilisation geht immer von sich selber aus. So, wir sind gerade so das Maximalste, was du an Fortschritt erreichen kannst, weißt du. Ja. Haha, die haben die Schrift erfunden. Ja, nice. Ich habe Toilettenpapier. Ja, und wie nur freuen wir uns hier über Technologie und irgendwo da draußen baut jemand Dyson Sviers um Sonnen herum. Ja, irgendwie sowas. Genau. Okay, damit haben wir, puh, nach langer Zeit diese Kategorie geschafft und wir kommen jetzt zu... Eigentlich war auch geil. Also, so Geschichtskram, ne, ich weiß da zwar nicht immer viel drüber, aber das ist immer interessant. Ja. Finde ich auch. True, true, true. Davon begeben wir uns weg. Wir gehen jetzt zur letzten Kategorie und diese lautet SchauspielerInnen nach dem Geburtsjahr. Ach du Scheiße. Möchte ich von euch geordnet haben. Der aktuelle Punkt... So sollen Schauspieler von innen nach dem Geburtsjahr sortieren? Fuck you. Oh, Anti-Gender-Witz. Bram hat einen Punkt, Christian drei Punkte, Mango zwei Punkte, also... Da bleibe ich auch. ...kann selbst Bram kann auch auf den ersten Platz kommen. Theoretisch, wenn Bram auf den ersten Platz kommt, kann Mango... Dann habt ihr alle drei Punkte am Ende. Das wäre natürlich richtig sick. Ähm, okay. Ich will, dass ihr mir Schauspieler und SchauspielerInnen ordnet nach dem Geburtsjahr. Da oben ein frühes Geburtsjahr, also alte Leute und unten die jungen Leute. Ein spätes Geburtsjahr. Vorgegeben ist Will Smith. Mit 1968 ist der Dude geboren. Und wir haben zur Auswahl Johnny Depp Harrison Ford, Drain Johnson, Angelina Jolie, Clint Eastwood, Scarlett Johansson... ...Leonardo DiCaprio, Tom Hanks und George Clooney. Ich habe noch so ein paar andere, falls ihr die alle gut geordnet bekommt. Aber vielleicht versagt er ja hier ein bisschen schneller. Bram, du darfst beginnen. Okay. Ich sage, Harrison Ford ist älter als Will Smith. Ja, das ergibt Sinn und ist absolut korrekt. Das ist ein bisschen tricky, weil ich glaube, da werden einige bei sein, die nicht sehr weit auseinander sind vom Geburtsjahr. Ja, also safe Nummer, Clint Eastwood früher als Harrison Ford. Auch absolut korrekt. Sehr gut, dass du das als safe Nummer bezeichnest. Er hat dir gesagt, wo er ist das gleiche, Alter. Guck dir doch Clint... Was? Wir sind schon einige Jahre auseinander. Keine Ahnung. Ich sage, Drain Johnson ist jünger als Will Smith. Moment, wer? Entschuldigung, ich musste mich klatschern. Drain Johnson. Ist jünger als Will Smith. Drain Johnson. Also auf die sechs. Ja, ist jünger als Will Smith. Und das ist auch korrekt. Erste Runde ohne Fehler. Bram ist wieder dran. Das ist schon belastend, Alter. Okay. Also. Drain Johnson. Der ist doch... Ist der schon in den 40? Wenn ich 33 bin. Dann ist er doch bestimmt schon über 40. Darf ich jetzt einfach mal. Dementsprechend... Okay. Ich nehme Scarlett Johansson. Wie alt ist die eigentlich? Ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Und sagt, dass die jünger ist als warne Johnson. Okay. Die hübsche Scarlett, jünger als Drain Johnson. Das ist korrekt. Was ist denn die verwandt? Stimmt. Der andere ist Johnson. Der andere ist Johansson. Ja. Okay, Christian. Dieser eine Clip aus dem NDR. Ja. Ähm. Zuck, zuck, grünzuck. Ja, der ist so geil. Der ist so geil. Grünzuck. Ja. Ich habe nur Honson gehört. Finde ich frech. Ja. Ähm. Super. Wen könntet ihr denn noch... Wen wisst ihr denn noch, hä? Hallo. Wen kann ich euch denn... Echt? Okay, dann nehme ich Johnny Depp. Okay. Scheiße. Äh, Johnny Depp ist... Gar nicht so jung. Der ist älter als Will Smith, aber jünger als Harrison Ford. Also. Ja. Dankeschön. Wir verstehen uns. Älter als Will Smith und jünger als Harrison Ford. Und das ist korrekt. Hm. Jetzt sind wir bei Mango. Das Einzige, wo ich noch halbwegs sicher bin, ist das Tom Hanks. Älter ist als Johnny Depp, aber jünger als Harrison Ford. Denke ich. Als inzwischen drei und vier. Also nimmst du jetzt was anderes? Nein. Also älter als Johnny Depp und jünger als Harrison Ford. Ja. Bitte keinen Rapper. Das ist korrekt. Ach, let's go. Ich muss kurz nachkommen. Okay, Bram. Drei haben wir noch. Zwei Runden habt ihr ohne Fehler geschafft. Leo. Ja? Ja. Leo hat Titanic mitgemacht. Da war der ja noch ein junger Bub. Da war der so kank. Ich hoffe einfach mal, dass er so 23, 24 war, als er das gemacht hat. Und Karte war ja dabei. Karte Winslet. Aber die war älter. Ja klar. Die war doch schon voll schrumpelig in der Szene. Nee, ich sag's jetzt, die war schrumpelig. War doch schon voll schrumpelig. Nein, die war, die Held Whistle war überhaupt nicht voll schrumpelig. Die war auch mega hot. Aber die Leo war doch trotzdem der jüngere von den beiden. Ja. So. Dann heißt, der ist jetzt dann ungefähr, haben wir mal, der war 25. Bibliothek. Dann ist der jetzt ungefähr 45. Ist Dwayne Johnson älter? Dwayne Johnson ist bestimmt schon 50, oder? Dann heißt, ich sag, Leo kommt zwischen sieben und acht. Ich sag, der ist jünger als, äh, der ist älter als Scarlet, aber jünger als Dwayne Johnson. Bram, das ist korrekt. Boah, what? Sick. Äh, äh. Wer wird Millionär? War die Millionenfrage. Wer hat 2021 seinen 50. Geburtstag gefeiert? In dieser Liste stand auch George Clooney. Und George Clooney war nicht die richtige Antwort. Und ich meine noch, gegoogelt zu haben, dass George Clooney den 60. hatte. Okay, dann hängt es jetzt nur noch an deinem Mathe-Kennissen. Das heißt, der müsste älter sein als Johnny Depp, aber jünger als Will Smith. Warte mal. Älter als Will Smith. Ja, doch. Ja, logisch. Der ist älter als Will Smith und auch älter als Johnny Depp. Ja, ich glaube, Johnny Depp hat noch nicht 60. gehabt. Aber Tom Hanks ist safe älter als 60. Zwischen 4 und 5 würde ich George Clooney packen. Okay. Auch das ist korrekt. Nice. Wow. Ihr Ficker. Okay, Mango. Hast nur noch die Angelina. Guck mal, die 10 ist noch frei, Mango. Setz sie doch einfach da hin. Ja, stimmt. Das ist offen, hast recht. Ähm. Ich, aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich das Gefühl, dass die 54 ist. Deswegen bin ich bei... Mittly Specific. Ja. Das ist echt interessant. Da kam so ein Gefühl, die ist 450. Deswegen... Ein Halb. Bin ich einfach, also auch irgendwo um und bei Will Smith am Ende. Ähm. Ist die jünger als Will Smith? Ich habe das Gefühl, ich habe echt wenig Ahnung von Filmen aus, aber ich sehe sie in alten Tomb Raider Filmen und da sieht sie immer noch jung aus, aber nicht so ultra jung. Ich habe das Gefühl, Will Smith sah zu der Zeit jünger aus. Aber auf Aufsehen zu basieren ist halt auch Turbo Int einfach, aber egal. Ich würde sagen, die kommt zwischen Johnny Depp und Will Smith. Okay. Also, die ist jünger als Johnny Depp, aber älter als Will Smith. Ja. Danke, Mango. Das erste X. Ach, Mann. Danke, Mango. Zu sagen können, Mensch, geil, habt ihr Flollis durchgemacht. Stimmt. Das wäre die Chance gewesen. Tja, schade. Danke, Mango. Ich gehe jetzt. Das ist in Ordnung. Okay, Bram. Wo denkst du denn, kommt die Angelina hin? Nimm der andere. Nimm jemand anders, Bram. Das ist die Frage. Wie alt ist Angelina? So, Willi. Bist du älter, Angie? Doch, du musst älter sein. Du musst dann tendenziell älter sein als jünger. Weil, ja, du bist dann, du gehst dann doch, geht Angie schon Richtung 60. Nee, oder? Nee, der muss dich jünger sein als Will. Moment, Will ist... Meiner. Der ist schwer. In Tomb Raider. Wann kam der? Ich glaube, ungefähr... Boah. 2,5, 2,6, irgendwie so in den Dreh. Kann das? Wie alt war die da wohl? Sagen wir mal, die war da zu den Filmen 28. Dann wäre die jetzt 48 roundabout. Dann wäre die jünger als Will Smith. Dann wäre die auch jünger als Dwayne. Dann ist die älter als Leo. Das heißt, ich sag, Angie kommt zwischen 7 und 8. Okay. Älter als Dwayne, De Jock... Kannst du... Nee, warte mal, falsch. Jünger als... Jünger. Jünger als Dwayne, älter als Leonardo. Ja. Was wolltest du sagen, Mango? Kannst du Angelina Jolie nicht Angie nennen? Das clasht irgendwie ganz weird in meinem Kopf. Das... Das... Das sagt hier nein. Ich finde sie einfach ange. Okay, perfekt. Ich könnte Angelina Jolie vorstellen, wie sie in ihrem Film auf diesem riesen Poster steht und die Raute macht. Okay, ihr beißt euch die Zähne aus an Angie. Das ist nicht richtig. Oh, nice. Ja, guck mal. Ja, dann ist die älter als Dwayne, De Rock, Johnson, aber jünger als Will Smith. Also... Zwischen fünf und sechs. Sech? Nee. Wann das rum. Zwischen sechs und sieben. Sorry. Okay. Also, wenn du jetzt alle verrutschst. Okay. Älter als Dwayne Johnson, jünger als Will Smith. So. Also, das würde mich jetzt sehr wundern. Also, weil sonst wäre die entweder älter als Johnny Depp oder jünger als Leo. Ist das jetzt eingeloggt oder bist du noch auf der Ligen? Okay, ist eingeloggt, ja? Okay. Ihr beißt euch die Zähne aus an der Angelina Jolie. Das ist nicht korrekt. Nein. It's back to mango time. Dann bleibt nur zwischen Johnny Depp und George Clooney. Dann muss es dann sein eigentlich. Dann ist Johnny Depp einfach so ein 69er geborener Dude oder so. Und sie ist irgendwie so 69, aber zwei Tage später oder so. Kacke. Also, älter als Johnny Depp, jünger als George Clooney. Ja. So, wie ich es gerade eingetragen habe. Richtig? Ja, ja, ja. Falsch! Du bist raus! Was? Das ist sie. Was ist sie? Also, was auch. Ich komme gerade auch nicht mehr mit, wo wir die schon überall stehen hatten. Ja, wir hatten die. Die ist, also, die müsste jetzt entweder älter sein als Georg oder jünger als Leo. Ja. So, wenn, wenn Leo Anfang 2000 irgendwann Titanic gemacht hat und wie gesagt, wie gerade, und der dann Richtung 45 geht, dann habe ich mich da hart vertan, weil da muss der älter gewesen sein. Da geht er schon Richtung 48 oder so. Das heißt, Angel ist jünger als Leo. Suck, Brainwash. Aber älter als Scarlett. Ja. Okay. Da, also. Die ist nicht älter als George Clooney. Ich wette, Peter hätte schon irgendwie hart protestiert, wenn Scarlett Johansson nicht die jüngste wäre, die auf der Liste steht. Ja, dann habe ich gesagt, die Intimoderation mache ich nicht. Mach ich nicht. Einfach nur auf. Okay, da, also. Ja. Jünger als Leo, älter als Scarlett. So. Ja. Bram hat es gefunden. Wow. Das ist, das ist der Spot. Das ist der Spot von, das ist der Spot von Angelina Jolie. Wie alt ihr die gemacht habt, war der shit einfach. Ja, ganz alt. Die sieht aber auch nicht mehr so mega frisch aus. Ja, aber Peter, wir haben noch nicht geklärt, wie alt Johnny Depp und so ist. Ne, der ist schon richtig. Ja, so. Naja, teilweise. So ein bisschen. Okay. Aber es geht weiter. Natürlich. Bram hat den richtigen Punkt gefunden. Christian muss ich jetzt sofort vorgeben. Und zwar gebe ich vor, Julia Roberts. Ach, toll. Ist das nicht dieselbe Person irgendwie oder so? Wie wer? Wie Johnny Depp. Wie Angelina Jolie. Wat? Keine Ahnung. Irgendwie gleich abgespeichert bei mir. Ah, ja. Pretty Woman. Schon lange, lange her. Walking down the street. Kann mir nicht vorstellen, dass die für den Film eine Minderjährige nehmen, die dann... Ah, wobei. Das ist Hollywood. Die dann Prostituierte spielt. Hollywood. Das ist Hollywood. Ähm. Das Problem ist... Das ist krass. Wir müssen uns immer instant treffen. Ja, das Problem ist, ich glaube, dass Johnny Depp und Will Smith echt nah beieinander sind. Ich glaube, da ist nicht viel, was... Oh, die trinkt. Also, die ist älter als Dwayne Johnson. Auf jeden Fall. Warte mal. Dann kam denn Pretty Woman raus? Will Smith 68. Dann wäre die so Mitte 20. Boah, das ist frech. Also, die müsste so irgendwo zwischen 4 und 7 hinkommen. Ich glaube nicht, dass die älter ist als George Clooney. Also, ich weiß... Ich glaube nicht, dass die schon älter ist als 60. Das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Will Smith wäre aktuell... 53? Ich glaube, die ist älter als 50. Aber ist die auch älter als Johnny Depp? Boah, frech. Ich packe die einfach zwischen 5 und 6. Also, sie wäre in deiner Vorstellung älter als Will Smith, aber jünger als Johnny Depp. Richtig? Ja, oder zwischen 6 und 7. Eins von beiden. Okay, aber du... Du lockst das jetzt ein. Ja. Das hätte ich auch gemacht. Ich glaube, Johnny Depp ist viel älter, als wir denken. Ich glaube, der ist schon über 60. Nee, George Clooney ist 60. Der müsste 2019 oder 2020 60 geworden sein. Ja, dann kann Johnny Depp auch schon 60 sein. Ich glaube nicht, dass er schon 60 ist. Unabhängig davon ist Julia Roberts auf dieser Stelle. Richtig! Nice. Wow. Und ich gebe den nächsten Bram. It's your turn. Also, Christian hat ja eh schon gewonnen, glaube ich, wenn ich das richtig gerechnet habe. Aber Bram kann noch Zweiter werden. Aber Christian kriegt mindestens einen Punkt. Also... Mit Captain Comeback, ich habe mal Selbstvertrauen gefunden. Bram darf Robert Downey Jr. jetzt einordnen. Kennen wir, glaube ich, alle. Also, der war ja schon... Der war ja zu Iron Man 1 schon über 40 dann. Das heißt, der muss älter sein als Willi. Bist du älter als Julia Roberts? Ach, guck mal, Ossi kennt jeder. Gute Frage. War der schon 40 zu Iron Man 1? So alter bei Iron Man 1? Hallo, Ruhe da auf den billigen Zuschauerplätzen. Okay, sorry. Ja, ich wollte nur einen Satz sagen. Das ist ja gar kein Problem. Nein, nein. Das ist ja überhaupt neu. Da hast du solche Fragen ja gerne stillen. Aber du hast recht, der war wahrscheinlich dann eher so am Anfang der 30, oder? Der war nicht 18 zu Iron Man 1? Ach, fuck you. War der nicht das Kind, weil es in Batman... Ich sag erstmal auf jeden Fall, Robert ist älter als Willi. Nee. Ist der älter als Willi? Er ist... Will Smith ist schon 53. Ich würde sagen, dass Willi ein echt komischer Name ist. Ist Robert Downey Jr. mittlerweile vielleicht genauso alt? Der könnte ticken jünger sein als Will Smith. Der hat ihn überholt, glaube ich. Der ist schneller geeinigt. Schneller gelebt. Je mehr Alkohol und Drogen du nimmst, desto schneller bist du alt. Das ist schwer, das ist schwer alles. Okay, pass auf. Den Iron Man, wann kam der ungefähr? Der kam... Der erste? Der erste. 1903, glaube ich. Wir haben jetzt den... Drei Filme, das heißt 2008... 2008 oder so. Ja, 2, 9. Irgendwie so um den Dreh auf jeden Fall. Ich glaube, da habe ich noch Ausbildung gemacht. So, das sind dann also jetzt schon mal zwölf Jahre, wie das her ist. Ungefähr. Dann plus... Wie alt seid ihr damals aus? Sagen wir, der ist Anfang 30 gewesen. Dann wird 42 ungefähr. Dann wird er jünger. Dann wird er jünger als Dwayne. Dann wird er jünger als Leo. Ich sage, Robert Downey Jr. ist älter als Angelina Jolie und jünger als Leo. Okay. Robert Downey Jr. Geschätzt würde ich jetzt auch irgendwie sagen, der ist noch keine 50. Älter als Leo... Ach, mein Gott. Älter als Angelina Jolie und jünger als Leo. Da sortiert Brammen den Robert ein. Robert! Das fällt mir jetzt erst auf. Äh, das, äh, lieber Dennis, ist... Fall! Stein zweites Ex-Tribus raus. Christian bekommt dafür... Zwei Punkte in diese Runde. Und Bram, ein Punkt, zieht damit gleich auf den zweiten Platz mit Mango, der 0 Punkte bekommt. Damit ist Christian mit Abstand der Gewinner der heutigen Folge. Dafür schon mal herzliche Glückwünsche. Dankeschön. Aber ich werde jetzt noch auflösen. Aber ich finde es auch echt tricky. Okay, ist der schon über 50? Robert Downey Jr. Weil, also der ist echt krass. Kommt zwischen Julia Roberts und Johnny Depp. Okay, alles klar. Der hat ja vorher viele Sachen gemacht. Und der, da haben die nicht auch gesagt, der hat dann wirklich so eine Depri-Phase gehabt. Ja, der hat so eine Alkoholismus-Phase gehabt. Nach seinem ersten Hollywood-Stint. Und dann hat er seinen zweiten Stint mit Iron Man neu gestartet. Und der war besser. So, Iron Man hat er dann irgendwie seine Rolle gefunden. Und ist dann jetzt Mr. Tough Guy. Der allerdings irgendwie auch ein bisschen abgehoben ist, wie man von manchen Sets hört. Aber passt zur Rolle auf jeden Fall. Ja. Ich werde euch jetzt mal hier zeigen, wie alt die, also in welchem Post hier. Also Clint Eastwood, der ist doch schon über 90, oder? Der ist 1930 geboren. Damn. Okay, wow. Harrison Ford ist 1942 geboren. Also da liegen noch zwölf Jahre zwischen. Tom Hanks, 1965. 56, aber ist okay. 56, Entschuldigung. Ja, genau. George Clooney, 1961. Ah, dann hätte der jetzt den 60. Hallo. Ja, genau. Ich weiß nicht, wann er jetzt genau Geburtstag hat. Johnny Depp 1963, also nur zwei Jahre jünger als George Clooney. Robert Downey Jr. 1965, wieder nur zwei Jahre jünger. Johnny Depp ist immer ganz witzig. Die Interviews, ich weiß nicht, wie dieser Talkmaster, dieser Late-Night-Master heißt, aber Johnny Depp gibt immer, also der lädt den immer ein, wenn er irgendwie einen neuen Film rausbringt. Dann sagt er immer, ey Johnny, oh, wie findest du den Film? Und dann sitzt Johnny Depp immer da und sagt so, boah, keine Ahnung, habt ihr den Film nicht gesehen? Und ich lese auch irgendwie meine Skripte nicht und keine Ahnung, aber schau, spiel mal Spaß. Julia Roberts, ein Jahr älter als Will Smith. Drain Johnson von 1972. Leonardo Di Cabrio von 1974. Der ist zehn Jahre älter, genau. Angelina Jolie von 1975. Und Scarlett Johansson noch voll in meiner Area 1984. Die ist ja so alt wie ich. Ja. Scarlett, Mensch, wir können doch noch mal probieren. Nein. Exklusiv. Piz mit nur noch vier Mitglieder. Ja, aber wir haben dasselbe, wir haben dasselbe Geburtsjahr. Hallo, anderes, gibt's doch nicht. Nee, nee. Reicht doch. Okay, das sind die, äh, das sind die Geburtsjahre von den verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspielern. Und, ja, wie gesagt, Christian hat die heutige Folge gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte, als du jung. Vielen Dank, Mango, dass du heute mitgemacht hast. Sehr gerne, danke fürs Einladen. Äh, auch Glückwunsch dir und Dennis zum zweiten Platz. Danke. Und, äh, ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.